Was ist die GELSEN-KIRCHEN? Wir sind hier auf dem GE-Camp 17 und neben mir steht Frau Berg. Frau Berg, Sie haben heute für die Stadt Gelsenkirchen dieses Barcamp eröffnet. Was verbinden Sie mit diesem Barcamp? Ja, mit diesem Barcamp verbinde ich eine sehr innovative Methode, mit ganz vielen Leuten ins Gespräch zu kommen zu einem Thema. Und das heutige Thema Integration halte ich für eines der wichtigsten für die nächsten Jahre. Und von daher war es mir ganz wichtig, heute hier zu sein. Dankeschön. Michael Saale steht noch hier. Wir haben heute 120 Teilnehmer und es ist schon das zweite Barcamp hier in Gelsenkirchen. Warum Barcamp? Wir hatten im vergangenen November das erste offizielle Barcamp hier in Gelsenkirchen, nachdem wir uns vorher getraut hatten, einen Prototypen mal einfach zum Warmlaufen hier zu veranstalten. Wir haben rundweg den Eindruck, dass das von der Methodik her genau der richtige Ansatz ist, um große Themen zu bearbeiten. Wir haben eine Fülle von Ansätzen, die wir in der Nachbereitung dieser Veranstaltung wieder auf dem Schreibtisch und in der Diskussion in unseren Netzwerken haben. Deswegen, viel besser können wir es fast gar nicht machen. Wenn wir nämlich darauf aus sind, viele Informationen, viele Gedanken, viele neue Impulse zu bekommen, dann denke ich, ist die Methodik einzigartig und genau die richtige. Ja, schönen Dank. Und ich will noch ergänzen, mir ist aufgefallen, wir haben heute ganz viele von den Betroffenen dabei. Und damit ist es mal eine Konferenz, wo nicht über die Betroffenen geredet wird, sondern mit den Betroffenen. Finde ich eine ganz große Leistung, die überhaupt herbekommen zu haben. Schönen Dank für die Initiative und weiterhin viel Spaß an diesem Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020